Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Quick-Tipp. Heute mit einem Fall aus der Hotline. Wir hatten einen Anruf von einem Kunden und zwar hatte der einen neuen Rechner bekommen. Der Rechner wurde neu installiert und er hat auch das Zusatzmodul Volumil auf seinem Rechner installiert bekommen. Nun fing er an die ersten Operationen zu machen und stellte fest, der Rechner ist doch viel viel schneller als der alte. Warum sind denn die Volumil-Operationen viel 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 langsamer? Ich zeige das mal hier an einem Beispiel. Er hat also hier diese Volumil-Operation genommen und hat ihr mal erzeugt. Und jetzt sieht man schon, ich lasse es mal in Echtzeit laufen und man sieht, wie quälend langsam diese Operation eigentlich erzeugt wird. Also insgesamt sind wir so zwischen 45 Sekunden und einer Minute. Und es dauert halt und es dauert und es dauert weiterhin. Und dann irgendwann dann ergibt sich hier mal ein Fräsweg. So jetzt rief der Kunde an und sagt zu uns, ja das kann ja nicht sein, ich habe einen Rechner, der ist viel viel schneller als der alte. Wieso ist das Volumil viel langsamer als auf dem alten Rechner? Gute Frage. Haben wir analysiert. Wir haben dann verschiedene NX-Versionen ausgetestet, wir haben verschiedene Konstellationen getestet und sind dann auf einen Punkt gekommen, dass in dem neuen Rechner von dem Kunden eine Nvidia-Grafikkarte verbaut ist. Was heißt das jetzt? Und zwar gibt es in der Systemsteuerung der Nvidia-Grafikkarte eine separate Einstellung, die für Volumil eklatant wichtig ist. Ich zeige die mal eben. Und zwar hier, in der Nvidia-Systemsteuerung gibt es hier die 3D-Einstellung verwalten und das steht hier in der Standardinstallation auf dem Grundprofil. Jetzt gibt es hier bei den globalen Voreinstellungen einen Punkt, der heißt The Soul Systems V5 3D Experience. Dieses bitte einschalten. Auf Übernehmen klicken und schließen. Das System braucht nicht neu gestartet werden. Ich gehe jetzt noch mal in die Volumil-Operation rein, erzeuge die jetzt und wir sehen, die geht um Längen schneller. Ich ändere jetzt noch mal was an den Parametern, weil man jetzt sagen könnte, der hatte die Berechnung noch im Speicher. Ich setze also hier mal den Prozentwert mal auf 15 Prozent, sage okay, erzeuge wieder und die Operation geht trotzdem deutlich schneller als am Anfang. Also sollten Sie Performance-Probleme mit Volumil haben, schauen Sie einfach mal rein, was für eine Grafikkarte Sie haben. Haben Sie eine Nvidia-Grafikkarte, gehen Sie in die Nvidia-Systemsteuerung rein und stellen Sie eben den entsprechenden Punkt ein. Ich hoffe ich konnte Ihnen mit diesem Quick-Tipp ein wenig weiterhelfen. Ich würde mich freuen, wenn Sie einen Daumen rauf da lassen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren, vielleicht unseren Newsletter abonnieren und uns auch mal auf unserer Webseite besuchen. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Quick-Tipp wieder dabei sind. Bis zum nächsten Mal, Ihr Jens Hegner.